Lena, dann laufen deine 90 Sekunden ab jetzt. Hi Lena! Hallo Felix! Geht's dir gut? Mir geht's gut, und dir? Danke auch. Wie war denn das Training heute? Heute hatten wir noch gar kein Training, von daher warte ich noch darauf, dass die Einheit kommt gleich. Kein Training? Wir hatten noch kein Training, erst am Nachmittag. Erst am Nachmittag? Ab und zu haben wir auch am Nachmittag Training. Und freust du dich drauf? Na klar. Hättest du lieber frei, ne? Ich finde Training einmal am Tag super. Magst du das Spiel hier? Naja, es geht so. Hast du ein Ja gesagt? Darf man das nicht sagen? Mal zu dir, deine Stationen waren Gütersloh, Bad Neuner, FC Köln und dann der VfL, richtig? Beim FC Köln habe ich nie gespielt. Nicht beim FC? Leider nein. Mit dem VfL hast du ja ziemlich alles gewonnen. Ziemlich alles, das ist korrekt. Was war geiler? Champions League 2013 oder 2014? 2013 war geiler. 2013? 2013. Habt ihr danach gut gefeiert? Und wie? Du trägst die Rückennummer 27. 28? 28? 28. Ist das eine schöne Nummer? Ich wollte erst die 8 nehmen, dann die 18 und dann bin ich auf die 28 gekommen. Also ist die 28 deine Nummer? Das ist meine Nummer. Bedeutet dir die Nummer etwas? Ich hatte früher immer die 8 und deswegen wollte ich immer die 8 haben und die anderen beiden, die Nummern waren schon vergeben, von daher die 28, sie bedeuten mir irgendwie nichts. Aber, obwohl doch, am 8. März habe ich Geburtstag, deswegen die 28. Danke. Bitte. Danke. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017